Liebe Leserinnen und Leser der BZ, ich spüle Ihnen jetzt den Fure Bärbarm. Das ist eine alte, traditionelle Volksweise aus meiner Heimat, den Furtut. Ich spüle Ihnen jetzt den Furtut, ich spüle Ihnen jetzt den Furtut, ich spüle Ihnen jetzt den Furtut. Ich spüle Ihnen jetzt den Furtut, ich spüle Ihnen jetzt den Furtut, ich spüle Ihnen jetzt den Furtut. Ich spüle Ihnen jetzt den Furtut, ich spüle Ihnen jetzt den Furtut, ich spüle Ihnen jetzt den Furtut. Ich spüle Ihnen jetzt den Furtut, ich spüle Ihnen jetzt den Furtut, ich spüle Ihnen jetzt den Furtut. Ich spüle Ihnen jetzt den Furtutut.